moin moin leuten und herzlich willkommen zu einer neuen folge fernbus simulator hier auf meinem kanal wir fahren heute wieder mal ein shuttle bus von münchen nach konstanz holand konstanz genau ist ja in der beta das mit dem shuttle bus beta 25 werde ich jetzt nicht mehr dazu freuen aber für ihr es mal gehört habt genau mit dem repaint hermanns so ist muss das auto feigen süß genau für wir zu ab hinsetzen ich hoffe er ist mir kürzmann auch dort an andere seite heizung an die temperatur und dann können wir weil wir auch schon fahren ach so fast ne ohne den gang wird es aber nichts so Busch Without Checks joh nicht auch das Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lange ansammeln Licht, AR. Hier gibt's so viel Scheiße, was kein Mensch braucht. Aber nicht da so super. Prebeo blind, möglich wär's. Oho, Gepäckluke. Der Freund, der Sohn. Fahrzeug zurücksetzen. So. Na, jetzt auch schon. Hat uns jetzt ne halbe Stunde gedauert. Geht ja. So, weiter geht's. Wir haben keine Zeit. Hier mein Kaul aus. Oh shit. Boah, jetzt hab ich meinen Kaul aus. Kaffee verschüttet. Passiert, ne? Tut mir auch leid. So, Vollgas. Richtung Konstanz. Töne Schuze. So, Kaffee. So, Kaffee. Töne Schuze. Ok. Witter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020